hallo freunde nächste runde pro tech jetzt schauen wir uns die modax an hier haben wir ebenfalls wieder an blade show exclusive 150 stück fangen wir mal mit dem hier an mit dem mx 103 modax solid black handle dlc black magna cut das ist ein schönes all black ein schönes modax all black da bin ich davon gespannt sehr schön großer flipper all black sehr schön magna cut gefällt mir richtig gut schöne handlage für feine katz kann sogar ein vorgrip gehen aufpassen aber hier beginnt gleich das scharfe teil der klinge aber es ist wenigstens man fingertschall der groß genug ist auf jeden fall für mich und funktioniert auch schön wieder zum schließen das sind schöne modelle ordachs ok eine schöne all black variante jetzt immer aber auf diese blade show exclusive gespannt wo das ist wieder dieses aluminium brosse regierung gridlock handle interessant ein bisschen mehr gewicht die regierung hier ja das ist ja mal schön da haben sie es mal richtig schön mit auf die klinge geschrieben blade show atlanta 2024 48 von 150 magna cut wieder mit dieser schönen schönen pattern hier gridlock pattern schön wieder mother of pearl perl mut button einlage oder schön ausgefräst ja da wollten sie ein bisschen das gewicht runter bringen weil diese bronze aluminium legierung da wohl irgendwie ganz schön ins gewicht geht merkst du oder das ist natürlich schön ebenfalls die schwarze klinge aber mal in kombi mit diesem speziellen griff und mal schön gemarkt dass man da noch später mal da noch sieht eben dass das eine special edition für die blade show war sehr schön sehr schön ja da ist die entscheidung echt schwer all black etwas leichter oder diese coole messe edition mit diesem alubronze schweren griff naja für die sammler ist halt wahrscheinlich dann mal diese blade show editions interessanter die es eben nur auf der blade show gab wow cool ebenfalls freitag im shop bei tools4chance schöne mordachs das ist schönes großes modell gefällt mir richtig gut schöne klingen schön matt schwarz und das ist ja auch mal schöne massive geschichte also diese ausfressung echt hardcore ja die machen die griffschalen auch ordentlich dick und dann haben sie gedacht okay dann nehmen wir mal ein paar gramm gewicht noch mit raus aber hat trotzdem noch gut gewicht im vergleich zum alu für idc ist der natürlich der wunderschöne groß robust alles schön matt matter deep carry clip ein bisschen stealth ne okay freunde das war's freitag im shop ich entscheide einfach rein sie bewerten kommentieren dass man mit deinem